Hallo, mein Name ist Barbara Aufmertham. Ich bin bei Abenteuer Deutschland für die Pferde verantwortlich. Das sind meine beiden Pferde, die Sonne, mit 22 Jahren die älteste im Team, mit Pepino, 13 Jahre. Mir macht es unglaublich viel Spaß, Spaß kann man nicht sagen. Es ist ein ganz großes Glück für mich, mit Pferden unterwegs zu sein. Und mein Ziel ist es, alle Teilnehmer, alle vierfüßigen Teilnehmer und alle zweifüßigen Teilnehmer, Heilung, Gesundheit und Persön zu bringen.